So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airdrop One. Heute wieder mit Tarsilo und mir. Wir schauen uns die spannendsten Airdrop-Projekte an und berichten aus der Airdrop-Welt. Tarsilo, wir sind offiziell in Airdrop-Saison angekommen. Die ganz grossen künden entweder an, haben angekündigt oder verteilen Airdrops. Wie bekommst du diese Tage mit? Ich habe gehört, du hast wenig geschlafen. Ist das typisches Bullrun-Behaviour oder Bullrun-Schedule für uns oder ist es einfach, weil Airdrop-Saison ist? Ja, absolut. Ich würde sagen, beides, ein bisschen was von beidem. Und das geht auch einfach beides einher. Ich glaube, das haben wir jetzt nochmal gemerkt, seit die Preise angezogen haben in den letzten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monaten, sind auch einfach vermehrt Airdrops rausgekommen. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr stark zusammenhängt, weil die Stimmung im Markt positiver wird, weil die Leute generell denken, wenn sie jetzt ein Token launchen, dann kann er eben auch erfolgreich sein. Und in den letzten zwei Jahren war man sich da nicht so ganz sicher. Ja, und dann haben wir eben Starknet gesehen, jetzt Warmhole und noch den einen oder anderen Airdrop dazwischen. Also da passiert wirklich einiges. Und ja, man muss sehr viel Zeit investieren, gerade um da up-to-date zu bleiben. Ja, definitiv. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit einem sehr, sehr großen Airdrop an, sprechen wir über Warmhole, ein Thema, das wir schon in anderen Folgen eigentlich immer wieder so ein bisschen genannt hatten. Jetzt sind die Zahlen mehr oder weniger offiziell. Gib uns doch mal ganz kurz eine Übersicht darüber, wer beteiligt ist, wer eher nicht und wie die Situation aussieht. Ja, auf jeden Fall. Also, um das gleich vorwegzunehmen, so detaillierte Kriterien hat Warmhole bisher nicht veröffentlicht. Das heißt, in gewisser Weise sind wir da auf Vermutungen angewiesen und eben auf den Airdrop-Checker, um zu gucken, ob unsere Adresse qualifiziert ist. Aber generell muss man sagen zu dem Projekt, das gibt es ja schon lange. Und wer damals noch Terra Luna und diese Geschichten mitbekommen hat und genutzt hat, der hat auch höchstwahrscheinlich schon mal Warmhole benutzt. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich auch erinnerst, gab es ja diesen riesigen Hack über mehrere hundert Millionen, der dann im Nachhinein von Investoren wieder sozusagen bezahlt wurde und das wieder gut gemacht wurde. Und dann ist Warmhole auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden in den letzten zwei Jahren. Und ja, jetzt haben sie eben den Airdrop angekündigt. Der Snapshot wurde am 6. Februar gemacht. Das heißt, vor etwas mehr als einem Monat. Insgesamt sehen wir, dass 400, also über 400.000 Adressen qualifiziert sind. Es gab ja ursprünglich mal so ein paar Gerüchte, dass es nur wenige 1.000 oder 10.000 Adressen sind. Jetzt sehen wir, dass es doch sehr, sehr viel mehr sind. Also sie wollen schon an viele Leute ihren Token verteilen. Und für den Airdrop sind ja knapp sieben oder sechseinhalb Prozent zugeteilt, wovon, das finde ich auch ganz interessant, 81 Prozent an Onchain-Nutzer gehen, also wirklich der absolute Großteil, und dann eben 19 Prozent an Community-Groups, die dann anderweitig verteilt werden. Und was ich auch interessant fand, wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, sehen wir diese Grafik hier. Und zwar erklärt Warmhole hier Keypoint 1, dass eben gewisse Cluster gebildet wurden, bei denen, wenn jetzt ein Nutzer mit mehreren Adressen immer wieder agiert hat, dann wurden diese Adressen eben zu einem Cluster zusammengefasst. Und das Cluster hat sich dann für den Airdrop qualifiziert, um wahrscheinlich auch, ja, diese Airdrop-Farma so ein bisschen rauszuholen und nicht zu viele Wallets zu belohnen. Und Keypoint 2 hatten wir hier, genau. Also eben 81 Prozent gehen an Onchain-Nutzer, hatte ich gerade schon erwähnt, und das sind 549 Millionen W, also von dem Token, was schon, ja, eine sehr, sehr große Menge ist, würde ich sagen. Und trotzdem gehen etwa 20 Prozent oder eben die 19 Prozent gehen an die Communities, über das haben wir ja auch schon gesprochen, also teilweise Erhalter von NFT-Projekten oder Stakern, die gewisse Projekte oder Protokolle quasi beim Staken unterstützt haben, die sind da auch mit dabei. Und ich finde den Split eigentlich noch relativ fair. Also du konntest aktiv wie auch passiv vom Airdrop profitieren, was wir meistens eben eher in einer Seite gewichtet sehen. Also wir sehen es selten so, dass es eigentlich auf die faire Seite gewichtet ist. Und so werden halt hauptsächlich die Nutzer belohnt, aber auch die, die quasi das Ökosystem unterstützt haben. Ja, absolut. Und ein letzter Punkt dazu ist, dass die Qualifizierung sich auch nochmal geändert hat. Also wer schon mal gecheckt hat auf der offiziellen Seite, ob er sich qualifiziert hat für den Airdrop, da könnte es sich lohnen, nochmal Cash zu leeren und die Seite neu zu laden, weil Keypoint 3, den Warmhole hier veröffentlicht ist, dass eben Änderungen gemacht wurden zu der Qualifizierung und unter Umständen nochmal das eine oder andere Wallet mit reingekommen ist, was vorher nicht mit drin war. Und ja, deswegen lohnt es sich da vielleicht nochmal zu checken. Auch hier die Seite nochmal aufbereitet, also airdrop.warmhole.com und hier kann man dann über verschiedene Adressen eben checken. Also wer damals schon bei Terra dabei war, da lohnt es sich vielleicht mal die Terra-Adresse reinzufügen. Ansonsten gibt es einiges im Kosmos, also Injective zum Beispiel, aber auch Alternative L1, SUI, Aptos, Solana und eben auch EVM, also Ethereum-kompatible Adressen, die man hier einfach rein einfügen kann und testen kann. Vielleicht auch zwei Punkte diesbezüglich, weil das wurde auch in der Blue Alpine-Mitgliedschaft ein-, zweimal gefragt. Wer die alte Terra-Luna-Wallet hatte, das war Terra Station hieß die, glaube ich, kann, weil man mittlerweile, ich glaube nur mit Kepler Terra-Luna überprüfen kann, kann die alte Terra Station-Wallet exportieren, also den Private Key oder den Deceit-Phrase, die bei Kepler integrieren oder importieren und hat dann wie eine separate Kepler-Wallet und kann die dann auswählen für den Checker. Wer jetzt aber sagt, nein, ich möchte die ganz klar getrennt haben, dem ist quasi angeraten, dass du eine zweite Kepler-Wallet initiierst, also sagen wir einen anderen Browser, du bist jetzt im Chrome, das heisst sagen wir im Firefox, und dort quasi dein altes Terra-Luna-Wallet wie importierst, dann kannst du separat dieses Wallet via Kepler auch noch überprüfen. Und das kann sich unter Umständen schon lohnen, also ich habe von einigen alten Terra-Luna-Hasen mitbekommen, dass sie auch für diesen Airdrop beteiligt worden sind. Etwas anderes, was auch noch wichtig ist, das habe ich nachgelesen, ist zwar Discord-Information, also nicht komplett offiziell, aber so wie ich es verstanden habe, wird nur eine Seite der Bridge belohnt. Das bedeutet, wenn du von, sagen wir, Terra-Luna auf Solana gebridged hast via Warmhole, dann kann es sein, dass nur ein Wallet qualifiziert ist. Dann sind es nicht beide Wallets, dann bringt die Überprüfung auch nicht. Nichtsdestotrotz, das, was Tessilo am Schluss gesagt hat, unbedingt machen, also unbedingt alle Wallets überprüfen, auch nachdem man den Cash gelehrt hat, nur um sicherzugehen, ob man da die Eligibility hat oder nicht. Und wie gesagt, auch die Community-Teile, also wenn du zum Beispiel Pith gestaked hast, auch hier gibt es einige Leute aus der BlueAlpine-Mitgliedschaft, die das gemacht haben. Die sind jetzt qualifiziert worden. Ich glaube, das waren aber um die 2.000 Pith-Tokens und dann noch halt die NFT-Halter. Ich glaube, Juts und die Gotts waren die zwei. Genau. Also bei Pith waren es die Top 10.000 Staker. Das heisst, da musste man schon ordentlich was reinlegen. Okay, ja. Und genau, wie die NFT-Projekte, die du genannt hast, sind auch richtig, ja. Ja, cool. Ja, super. Dann es bleibt weiterhin spannend bei der AirDrop-Saison und es geht eigentlich auch gleich weiter. Andere Themen, andere Protokolle. Wir schauen uns halt immer wieder die Protokolle an, die auch Geld bekommen, weil wir gehen davon aus, das Geld, das von den Risikokapitalgebern eingenommen wird, wird schlussendlich auch für das Protokoll oder via AirDrop verteilt. Hier haben wir Eclipse. Genau. Eclipse, eine der spannendsten Geschichten aktuell aus meiner Sicht. Also vor allem, weil es ein L2 ist, aber ein besonderer L2. Wir haben vor einigen Monaten schon mal darüber berichtet im Layer-2-Weekly. Und zwar war das Besondere an Eclipse, dass es eben auf mehreren Plattformen aufbaut und sozusagen sich modular seine Teile aus verschiedenen Ökosystemen sogar holt. Das heißt, es settlet auf Ethereum. Das heißt, der Consensus-Layer ist sozusagen auf Ethereum. Dann die Execution, also die Ausführung, findet auf der Solana Virtual Machine statt, um eben Geschwindigkeit zu erlangen. Und das Dritte ist, Celestia wird verwendet für Data Availability, also Datenverfügbarkeit. Und so greift sich Eclipse irgendwie halt das Beste aus diesen drei Systemen. Die Sicherheit und die Garantien von Ethereum, die Schnelligkeit von Solana und die Datenverfügbarkeit und die günstige Datenverfügbarkeit vor allem von Celestia. Und deswegen ist es ein total interessanter Mix aus meiner Sicht. Und Eclipse hat eben jetzt nochmal 50 Millionen US-Dollar geraced in der Series A. Sie hatten vorher 15 Millionen. Das heißt, das ist deutlich aufgestockt. Und wie du schon gesagt hast, ist das auf jeden Fall auch immer ein Zeichen dafür, wie viel Potenzial eigentlich bei so einem AirDrop besteht. Natürlich kommt dann noch Hype hinzu und wie so eine Bewertung am Ende aussehen kann von dem Unternehmen. Das kann sich natürlich noch enorm ändern. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Funding für so ein Projekt, muss man sagen. Es ist nicht ganz so groß wie jetzt zum Beispiel Arbitrum Optimism. Die waren, glaube ich, so bei 100, 120 Millionen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Und aus meiner Sicht ist da Potenzial da. Es gibt auch mittlerweile eine Anleitung in AirDrop One, wie man sich für Eclipse vorbereiten kann. Es ist ja aktuell noch nicht im Mainnet. Also wir sind noch im Testnet. Und trotzdem habe ich schon mal so ein bisschen zusammengeschrieben, auf welche Punkte man achten kann, um sich für diesen AirDrop in Stellung zu bringen und schon mal vorzubereiten. Und dann natürlich, wenn es ins Mainnet geht, kommt dazu noch ein Update und weitere Anleitungen. Ja, und ich glaube, die Story, die könnte noch spannend werden, weil Monat ist ja ein anderes Projekt, das in diese Richtung geht. Und da höre ich auch extrem viel Hype um das Projekt herum. Das heisst, ich kann mir vorstellen, dass im Bereich so ein bisschen modulare Blockchains und solche Stories, dass da noch mal ein bisschen Hype kommt, dass quasi die Ersetzbarkeit von gewissen Funktionen durch andere Chains etc. Und dann könnte natürlich der AirDrop dementsprechend auch spannend sein. Beziehungsweise, wenn dann ein Projekt wie Monat released wird und ein Hype hat, könnten Projekte wie auch Zay davon profitieren oder eben Eclipse, wenn man dann da mit dabei ist. Also ich glaube, es lohnt sich da, wenn man selber nicht investieren kann, wie hier die Angel Investors oder die Risikokapitalgeber, dann lohnt es sich quasi, zumindest beim AirDrop, idealerweise relativ früh mitzumachen, sodass man da idealerweise beteiligt wird. Genau. Und was wir dadurch eben auch immer öfter sehen, also durch diese Modularität von Projekten, ist, dass eben nicht nur Teilnehmer belohnt werden, die jetzt genau dieses Projekt benutzt haben und genau in diesem Ökosystem, sondern dass die Projekte das auch ein bisschen weiterdenken, weil sie wollen ja eben auch innerhalb des gesamten Web3-Bereichs eigentlich verschiedene Ökosysteme ansprechen, ob es jetzt Solana, Ethereum, Cosmos oder andere Systeme sind. Und da sehen wir eben immer mehr, dass das passiert. Und das erwarte ich jetzt auch für Projekte, die so modular aufgestellt sind, auf jeden Fall. Sehr cool, ja. Ja, apropos neue Chains, neue Innovation. Celestia ist ja auch so ein Thema, das wir in den letzten Monaten angesprochen haben. Dann später Dimension ist dann auch noch dazugekommen, war ja auch ein Airdrop. Was jetzt so ein bisschen ein Thema ist, ist das Infrastruktur-Thema. Und ich habe gesehen, du hast das auch letztens aufgegriffen in Airdrop One. Denn bei Celestia, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch einen Node laufen lassen und wurde dann auch beteiligt bei dem Airdrop, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, also es gab so ein paar größere Airdrops für Leute, die Nodes laufen lassen haben. Und eine Node ist ja, also das ist eigentlich ja was sehr Technisches. Man braucht seinen eigenen Computer, also seine eigene Hardware. Man muss dann eine Software runterladen, die laufen lassen und trägt dadurch dann zur Dezentralisierung und zur Sicherheit der Blockchain bei. Und das ist, also im Prinzip muss man da sehr, sehr viel Zeit, Geld und Aufwand reinstecken, um sich da reinzuarbeiten. Man muss auch ein gewisses technisches Know-how haben. Aber finanziell hat sich das bei dem einen oder anderen Projekt enorm gelohnt. Also Celestia ist da ein Beispiel, Solana ist tatsächlich ein zweites. Und deswegen haben wir jetzt auch das Thema aufgegriffen und eben in Airdrop One eine Anleitung erstellt für einen Anbieter, bei dem das Ganze so ein bisschen as a service läuft. Das heißt, man hat nicht mehr die gesamte Anforderungen, die ich eigentlich sonst habe. Also technisches Know-how ist sehr reduziert. Ich kann im Prinzip Geld dafür zahlen, um diese Node laufen zu lassen. Und wenn jetzt ein zukünftiges Projekt dann auch nochmal Infrastrukturanbieter belohnt, dann kann sich das schon sehr, sehr gut auszahlen. Und wir sehen hier auch, also Minimum TIA, also TIA ist ja die Währung, die ausgeschüttet wurde im Airdrop, 1200 fast. Und ich weiß nicht genau, wo der Wert aktuell steht, aber so um die 16, 17. Das heißt, da sind wir schon bei 20.000 Dollar. Und das ist natürlich sehr, sehr substanziell. Und das war bei Solana nicht anders. Das waren auch sehr, sehr große Beträge, die man dort abgreifen konnte, wenn man eben eine Node betrieben hat. Sehr cool. Also das kann sich unter Umständen lohnen. Auch der Aufwand finanziell, der hält sich dann natürlich in Grenzen. Also es ist nicht so, dass man 30.000 bezahlen muss, um dann die 20.000 dann an Tokens zu erhalten. Garantie gibt es natürlich nicht, aber ich glaube, Infrastruktur wird immer ein, oder immer mehr ein heißes Thema in den kommenden Wochen und Monaten auch werden. Absolut. Ja, und wir haben auch mehr und mehr gesehen bei Projekten, dass sie eben positives Verhalten und konstruktives Verhalten von Marktteilnehmern belohnen. Und dazu gehört eben auch, Infrastruktur in der Node laufen zu lassen. Und natürlich kostet das was. Es ist nicht umsonst. Aber der Vorteil dieses Providers ist eben, dass wir nicht mehr uns einen Computer kaufen müssen, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche im Internet angeschlossen ist und Strom verbraucht und eben die Software runterladen, dann das Ganze auch, ja, maintainen müssen. Und das ist eben jetzt deutlich leichter. Und trotzdem muss man natürlich ein bisschen Geld ausgeben. Und wie du schon sagst, Garantie gibt es nicht. Aber wer langfristig denkt und ein bisschen Geld investieren will, der kann das auf jeden Fall ausprobieren. Sehr cool, ja. Und dann noch zwei Sachen, die wir ansprechen sollten. Auf der einen Seite für die Fans von Dezentralisierung sicher Warpcast. Hast du einen Kanal eröffnet, offiziell? Wir sind jetzt auch auf Warpcast, also auf der dezentralen Alternative von X slash Twitter. Genau. Also ich persönlich bin ein großer Fan. Mir macht die Plattform total Spaß, gerade im Vergleich zu Twitter oder X, wo ja auch sehr, sehr viel, sag ich mal, ja, sehr, sehr viele Geräusche eigentlich sind, also weil sehr viele Leute Sachen posten. und ich muss sagen, hier bei Warpcast speziell, da ist schon noch wirklich die Krypto-Community, die Web3-Community. Und mir macht das sehr, sehr großen Spaß. Deswegen dachte ich, eröffne ich mal einen Kanal und poste hier immer mal wieder neue Videos rein. Wir posten auch dieses Video rein und Infos zu neuen Projekten, zu denen es Anleitungen gibt im AirDropOne, in der Mitgliedschaft. Und genau, also hier kann man sich im Prinzip nochmal mit einer Community austauschen, die über die eigentliche Mitgliedschaft hinausgeht. Absolut. Cool. Und dann zum Schluss ein sehr, sehr wichtiger Punkt beziehungsweise Screenshot. Wir haben es am Anfang des Calls oder bevor wir den Call aufgenommen diskutiert. Und zwar gibt es oder geistert dieser Screenshot herum von einem Discord-Moderator von Eigenlayer, der da sagt, offizielle Info ist, es gibt keine Pläne eines Tokens und es wird keinen AirDrop geben. Jetzt gibt es da mehrere Punkte, die wir diskutieren müssen, aber ich glaube, auf der einen Seite, Tassilo, du hast das sehr, sehr gut gesagt am Anfang, solche Statements dürfen meistens nicht einfach separat betrachtet werden, sondern als Grosses und Ganzes. Als ich dir den Screenshot gezeigt habe, hast du dann auch gesagt, das Wording war auch interessant, also there is no plan of a token und sie haben nicht gesagt, there is no token, sondern es gibt keine Pläne eines Tokens, und Pläne ändern sich, wie wir wissen. Das ist sicher noch ein wichtiger Punkt und etwas anderes ist natürlich eben, wie gesagt, der Kontext spielt eine Rolle. Wie siehst du das, Tassilo, mit dem Punktesystem, mit Eigenlayer? Eigenlayer hat jetzt, glaube ich, mittlerweile 11 Milliarden TVL. Das Ding ist riesig und viele hoffen natürlich da auch auf einen AirDrop. Ist das jetzt ein Dämpfer, diese Nachricht, oder sollten wir weiterhin auf Eigenlayer setzen? Ja, ist eine gute Frage und gibt es auch keine binäre Antwort zu, aber wie du schon ansprichst, also das Wording ist immer interessant und ich glaube in dem Fall, there is no plan for a token, lässt schon noch Raum für Spekulationen über. Was ich aber schon wichtig finde, ist, dass man eben im Hinterkopf hat, so Projekte wie SUI, wo auch immer wieder angekündigt wurde, es gibt keinen AirDrop, es gibt keinen AirDrop und irgendwann hat man dann halt auch verstanden, okay, es gibt wirklich keinen AirDrop. Stattdessen gab es dann damals einen Whitelist-Sale, der trotzdem sehr, sehr profitabel war für Leute, die teilgenommen haben und wer das bis heute gehalten hat, der hat ja ganz gute Profite mitgenommen. Dennoch ist das natürlich erstmal ein kleiner Dämpfer, würde ich sagen. Aus meiner Sicht heißt es aber nicht, dass wir jetzt da alle Zelte abbrechen und sofort da rausgehen. Ich finde, man muss es halt immer so ein bisschen in Relation setzen. Jeder Marktteilnehmer, der aktuell bei Eigenlayer drin ist, erwartet einen AirDrop. Wenn Eigenlayer keinen AirDrop macht, dann werden sie die Community enorm gegen sich aufbringen und ich weiß nicht, was sie mit dem Punktesystem vorhaben. Vielleicht fällt ihnen ja noch was ein, was die Leute abholt statt eines AirDrops. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr viel Diskussionen hervorrufen würde und auch sehr, sehr viele Leute ihr Geld dort abziehen werden. Weil ein AirDrop ist einfach ein Magnet für Kapital und wenn sie das jetzt wirklich offiziell machen und weiter so ausführen, dann glaube ich, dass da sehr, sehr viel Geld abfließen wird und die Withdrawal-Funktion, also das Auszahlen seiner Gelder aus Eigenlayer ist eben aktuell ja da und verfügbar und kann jederzeit mit einem Sieben-Tage-Fenster initiiert werden. Genau, das sind so Gedanken, die man einfach dann abwägen muss. Ich bin trotzdem zuversichtlich bei Eigenlayer, weil es einfach so ist, dass von außen so ein Marktdruck mittlerweile besteht und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das komplett ignorieren können und sagen können, nee, wir machen keinen AirDrop, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir das ankündigen. Also ich weiß nicht, wie du siehst, aber aus meiner Sicht wäre das sehr, sehr risky. Ich gebe dir noch eine andere Perspektive. Wenn du als, also das habe ich vor allem vor ein paar Jahren beobachtet, wenn du als neues Projekt eine Discord-Community aufgleist, dann brauchst du in erster Linie Moderatoren und die Moderatoren, die kommen meistens nicht aus dem eigenen Team. Also du hast die Gründer oder das Team und dann hast du externe Leute, das kann ein Freelancer sein, das kann ein externer Mitarbeiter sein, das kann auch ein Mitarbeiter sein, der irgendwo ganz anders sitzt, aber der ist halt spezifisch dafür eingestellt worden, Discord zu moderieren. Das heisst, dass einigermassen ein guter Ton stattfindet, etc. Wenn ich jetzt so einen externen Mitarbeiter hätte oder eine Person, die ich als Freelancer anstelle, dann kommuniziere ich alles, was wir bis dahin, offiziell kommuniziert haben mit dieser Person und sage, schau, offiziell gibt es kein Airdrop, es gibt kein Token momentan, das heisst, du musst der Community das so auch kommunizieren. Wir möchten nicht, dass es zu einer Gerüchteküche rausbrodelt, nur in Discord. Und die Person, also ich weiss jetzt nicht, ich möchte das diesem Alex nicht unterstellen, diesem Moderator, aber ich gehe davon aus, dass er nicht wirklich Teil des Teams ist, sondern halt nur des externen Teams. Und das externe Team hat natürlich nicht alle Informationen zu jedem Punkt. Das heisst, wenn jetzt das Eigenlayer Team vielleicht ganz strategisch sagt, in zwei Monaten, wir möchten einen Airdrop machen, dann haben sie quasi die Backend-Infrastruktur mit den Punkten bereits und da gebe ich dir absolut recht, dass ich glaube, die Punkte würde man nicht machen, wenn man so etwas nicht planen würde. Dazu kommt, dass es halt ein Kapitalmagnet ist und dann würde ich das aber auch dem externen Mitarbeiter nicht unbedingt kommunizieren, weil dem sein Job ist ja schlussendlich für Ruhe und Harmonie im Discord zu sorgen. Und wenn du dann irgendwie sagst, Airdrop, dann macht das die Gerüchteküche auf. Das kann Anwälte und finanzielle Regulatoren auf den Schirm rufen, was vielleicht das Team momentan einfach vermeiden möchte. Vielleicht sind sie jetzt gerade im Hintergrund mit den Anwälten und den Regulatoren am Diskutieren, wie oder ob sie ein Token lancieren möchten. Und dann ist bis zu dem Punkt, bis das offiziell bestätigt wird, ist es, wir haben kein Token, wir haben keinen Airdrop. Also da würde ich das auch so ein bisschen aus dieser Perspektive anschauen, dass halt Moderatoren nicht unbedingt Teile des Teams sind und dass man da einfach open-minded bleiben muss. Wird es vielleicht der größte Airdrop? Wahrscheinlich nicht, weil einfach auch viele Leute mit dabei sind. Aber heißt das, dass kein Airdrop stattfindet? Das glaube ich eben auch nicht. Ja, finde ich eine sehr gute Perspektive. Also man muss halt jetzt in der Zukunft ein bisschen darauf achten, wird es so wie bei Sui, dass wirklich dann gefühlt dreimal am Tag bestätigt wird oder untermalt wird, dass es eben keinen Airdrop gibt, dann müssen wir uns halt irgendwann die Frage stellen, ja, kann das wirklich sein. Aber wenn das jetzt einmal passiert ist und wie du schon sagst von einem Moderator im Discord, dann sehe ich das auch absolut nicht als kritisch an. Also definitiv eine gute Perspektive, die du da eingenommen hast. Ein anderer Punkt nochmal so ein bisschen zu den Points. Also prinzipiell, wenn man nochmal zurückguckt auf vergangene Airdrops, dann waren da bisher nicht wirklich Points involviert beziehungsweise die Airdrops, die wirklich lukrativ waren, die hatten keine Points und keine Kampagnen. Und sobald du Points einführst, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig für den kleinen Nutzer da mitzuspielen, weil dann kommt ein Whale rein, gibt irgendwie sehr viel Kapital rein und kriegt unverhältnismäßig viele Punkte. Und man kommt als kleiner Nutzer mit seinen, weiß ich nicht, 500 oder 1000 Dollar an und kriegt eben nur einen Bruchteil dieser Punkte. Das heißt, ich sehe es schon so ein bisschen skeptisch generell, dass überhaupt ein Punktesystem eingeführt wird von vielen Projekten, weil eigentlich sind Token ja die digitalen Punkte oder die Punkte im Blockchain-Bereich, mit denen ich meine Nutzer ja belohne, weil sie mein Projekt verwendet haben. Und das ist ja genau das Prinzip von Airdrops. Und mit den Punkten gehe ich eigentlich hin und sage, okay, ich bin noch nicht so weit, deswegen gebe ich euch erst mal Punkte. Und ja, das Ganze muss sich halt noch so ein bisschen zeigen, wie das läuft, wie lukrativ dann wirklich auch so ein Airdrop ist, bei dem man Punkte gesammelt hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die wirklich lukrativen Projekte die sind, die keine Punkte anbieten. Aber ja, da fehlen auch noch so ein paar Referenzpunkte, die es wahrscheinlich in den nächsten Monaten geben wird. Ja, absolut. Ja, super, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Es bleibt sehr spannend. Airdrop-Saison ist in vollem Gange. Wie gesagt, wer von diesen Airdrops profitieren möchte, kann uns sicherlich auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel auch Warpcast, verfolgen. Wer dann ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen möchte, kann das auf airdrop1, bluealpine.ca slash airdrop minus one, also O-N-E, geschrieben. Da ist die Anmeldung möglich. Wie gesagt, spannende Airdrops stehen an, deshalb unbedingt anmelden. Herzlichen Dank, Tassilo, für die guten Insights und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.